Na, schauen wir uns doch mal diese ganzen neuen Macs an. Zuerst einmal, Ding Dong, der Touchbar ist tot. Juhu, große Freude aller Orten. Ja, das muss ja eines Tages mal passieren. Außer die drei Leute, die Touchbar jetzt vermissen. Sorry, aber es war leider nichts. Also es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, wo die so einen Sinn gemacht hat, aber die hat halt hin und vorne nicht den Aufwand und den Developer Support nie bekommen und dann den Aufwand, das dort reinzubauen und der Extra-Chip, der da erstmal drin war. Und das Ganze, die Tastatur, deswegen dann zu zerschreddern da oben, das war leider alles nichts. Das kam so aus dieser schlechten Laptop-Zeit noch raus, diese Butterfly-Tastatur und dann hintendran Touchbar und hast du gedacht, komm, lass, ich kaufe mir ein PC. Ja, das war schon, das war ja wirklich, muss man ja einfach sagen, jetzt irgendwie wirklich die schlechtesten, die schlechtesten Apple Notebooks vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie die schlechtesten aller Zeiten waren, aber es war schon, war schon, also 2016 in der MacBook Pro, das war schon ein Desaster in vielerlei Hinsicht und die Touchbar gehört da einfach mit dazu, zwangsläufig, obwohl sie vielleicht durchaus interessante Elemente hatte. Also das würde ich schon auch sagen. Es ist halt lustig immer natürlich, wenn was abgesägt wird, dann kommt natürlich immer nochmal aus irgendeiner Ecke jemand, der sagt, ach ja, eigentlich wäre es ganz schön mit dieser Touchbar gewesen. Und ja, ich denke auch, also ich meine, das war ein interessantes Experiment, aber es war halt, das Komische war, dass die Touchbar halt wirklich, dass die eben von Anfang an ein Experiment war und das ist was, was man ja bei Apple eigentlich relativ selten sieht, dass sie irgendwie so ein offensichtliches Experiment in ein finales Produkt einfach einbauen. Und dann haben sie halt an diesem Experiment aber auch nichts mehr getan und noch nicht mal irgendwie weiter nach vorne geschraubt und das hat sie natürlich die Touchbar dann irgendwie auch schnell zum Verderben getrieben, ins Verderben getrieben. Und jetzt war es mal wirklich Zeit, dass halt dieses 13-Sort MacBook Pro, das war ja nicht nur aufgrund seiner Touchbar absurd, sondern es war halt insgesamt im Line-Up schon lange ein seltsames Produkt, was irgendwie so mittendrin halt rumschwebt. Irgendwie neben dem MacBook Air preislich halt sehr ähnlich und man wusste schon lange nicht mehr so recht, was das so sollte. Das hieß ja irgendwann, das hat ja Apple irgendwann erst eingeführt, das gibt es ja schon viel länger als 2016, dass sie halt dieses Einstiegs-MacBook Pro halt im Line-Up hatten. Und das war schon immer ein bisschen komisches Produkt. Was hatte das für ein Chip, weißt du das? Jetzt in der letzten Ausführung? Das war ja, das war noch mit M2, das war auf aktuellem Stand. Ja, okay. Wenn du mal jetzt gesagt hättest, das ist noch Intel, hätte ich dir auch geglaubt. Ja, das ist halt der Witz, aber das haben sie ja sehr konsequent, das haben sie mit dem M1. Als eines der ersten M1-MacBooks kam das im Herbst 2020 und das hat dann den M2-Schritt auch dann direkt mitgemacht, jetzt mit dem MacBook Air dann letztes Jahr. Und das war halt, also ich meine, insofern war das praktisch schon, das war tiptop auf aktuellem Stand, kann man so sagen, auf eine gewisse Weise, wenn du zumindest den Chip dir angeschaut hast. Aber es war halt, ansonsten hing es halt in einer anderen Zeit fest und es ist komisch halt gewesen. Die eine Erklärungsvariante ist ja, dass Leute einfach in den Laden reinrennen und sagen, guten Tag, ein MacBook Pro bitte, Frau Lange, und dann sagt der Mitarbeiter, haben wir nicht, das ist schlecht. Deswegen gibt es einfach irgendwas, was so heißt, was irgendwie langsam und alt ist, aber was halt dann trotzdem verkauft wird und die Corporate-Einkäufer das halt vielleicht auch kaufen, weil sie halt immer ein MacBook Pro kaufen und dann nehmen sie halt trotzdem das Billigste und dann ist das halt auch nur so ein bisschen rar, aber so ein bisschen gruselig. Ja, trifft's. Und man muss jetzt bei den ganzen MacBooks eben aufpassen, jetzt gibt's halt viele Geräte, die heißen alle MacBook Pro und sind innen drin völlig unterschiedlich und halt das eine, was so tatsächlich knapp über 1000 kosten sollte und das andere, was halt 7000 kostet. Also die sehen von außen fast genau gleich aus und Apple skaliert halt über die Chips, die drin sind, über die Ausstattung, die du zukaufst und halt was sie an Interface rausgeben und wie viele Monitore du anschließen kannst. Also halt ein kleines M3-Modell kannst du halt tatsächlich weiterhin nur den einen Monitor anschließen, weil wir haben auch mal auf den alten Die Shots gesehen, dass der Display-Controller sehr viel Siliziumfläche verbraucht und einfach sehr teuer ist und deswegen vielleicht sparen sie sich auf dem M1, M2, M3 tatsächlich den zweiten externen Display-Controller, weil der halt Platz braucht und Geld braucht. Und dann lassen sie das halt, weil sie wahrscheinlich auch die Zahlen haben, dass die meisten Leute halt nicht mal einen externen anschließen, sondern genau null anschließen. Und wenn du mehr als einen brauchst und wirklich so crazy loko bist, dann kaufst du halt die nächste Stufe hoch und musst halt die Strafgebühr bezahlen. Weil wenn du auch ein Display kaufst, dann kriegst du die Strafgebühr für das Display-Nummer drauf. Vor allem wenn du das Studio-Display kaufst. Strafgebühr, was ist schon? Ja, ich finde übrigens toll, dass der Store, der hat so einen neuen Punkt, oder vielleicht gibt es schon länger, aber es ist einfach, wenn du das Store auswählst, gibt es das Neueste kaufen. Einfach das Neueste kaufen. Nicht irgendwie Mac, iPad, iPhone, einfach nur das Neueste. Bitte einmal das Neueste. Ja, das MacBook Pro ist halt durch diesen Wegfall von dem älteren, älter aussehenden Modell, aber wie wir gelernt haben, modernen Chip eigentlich, ist es halt ordentlich teurer. Also ich meine, die Euro-Preise sind natürlich auch eine andere als die US-Preise, obwohl du die Steuern nicht immer, der alte Geschichten. Aber 2000 Euro beginnt das 14-Zoll-Gerät und wenn du crazy Space-Grau willst, dann musst du auf jeden Fall bei 2300 anfangen. Das heißt, so, also es ist halt nicht wirklich, also die haben den Preis schon gesenkt für ausgewählte Modelle, aber es ist halt nicht günstiger geworden. Das ist halt schon clever, muss man sagen. Clever verpackt. Es gibt halt diese zweistufige Auswahl für das MacBook. Zuerst wählst du dir aus 14 oder 16 Zoll und dann drunter kannst du noch nach dem Chip aussuchen. Alle oder nur M3 oder Pro oder Max. Und dann halt, vielleicht bleiben wir lieber bei den Dollar-Preisen, weil die niedriger aussehen. Weil das ist so ein bisschen angenehmer zum Gucken einfach nur so. Also schmerzt nicht ganz so, aber es… Da ist doch irgendwie so, da gibt es ein Fachwort für so ein Verdrängungsmechanismus irgendwie, sich den Problem zu stellen irgendwie. Weil man muss sagen, dass die Dollar-Preise, wenn da einfach ein Euro-Zeichen dahinter stände und die Steuer halt mit drin wäre, dann wäre das recht, würde ich sagen, sehr akzeptable Preise. Zumindest ein Preis, über den man sprechen könnte. Ja, der Euro-Aufschlag, der ist diesmal relativ brutal. Also er fühlt sich halt brutal an, weil, können wir auch drüber reden, weil wahrscheinlich diesmal, wenn man jetzt von einem nicht kompletten alten Rechner daherkommt, ist wahrscheinlich der Max diesmal, und man hat den Workload dafür, dann ist wahrscheinlich der Max diesmal der interessantere von den dreien. Weil, als ich meinen M1 Pro hier gekauft habe, war auf jeden Fall, erschien mir der Pro sehr vernünftig und trotzdem sehr leistungsstark und der Max so ein bisschen absurd, weil das habe ich nicht für ihn. So viel Arbeit habe ich nicht für ihn. Jetzt ist halt durch die AI-Geschichten ist halt die Arbeit so ein bisschen größer geworden für die Chips. Und zum anderen ist halt der, wäre jetzt für mich zum Beispiel, wäre der Sprung von einem M1 Pro auf einen M3 Pro nicht so groß, aber der Sprung vom M1 Pro auf einen M3 Max wahrscheinlich durchaus spürbar. Vermutlich. Ja, das würde ich auch sagen. Und der Preis ist halt dann relativ. Der Preis ist auch spürbar. Sehr spürbar. Also ich glaube nicht, dass ich mir jetzt gerade was kaufe. Wahrscheinlich nicht. Es wäre schon nett, aber wahrscheinlich lasse ich das. Du hast ja 16 Zoll, oder? Ich habe 16 Zoll und den M1 Pro mit ein bisschen RAM und ein bisschen Storage drauf. Der hat damals wahrscheinlich so Hausnummer 2,5 gekostet oder so. Ich habe mehr gezahlt, weil ich den dann gemietet hatte und dann übernommen habe. Deswegen habe ich da die Strafgebühr drauf gezahlt. Aber das war am Anfang von der Transition, wo wir nicht wussten, wann denn andere Modelle kommen. Deswegen habe ich es mir da flexibel aufgehalten und habe halt dafür ein bisschen mehr gezahlt. Und was mir jetzt Apple an Tradien Value für mein altes, zwei Jahre altes Gerät geben würde, wären 1.100. Und der windige Anhändler würde 1.600 geben. Was okay wäre, wenn ich den normalen Preis gezahlt hätte. So ist es immer noch schmerzhaft, aber es wäre okay irgendwie. Ja, also wenn du das für den Endpreis berechnest. Also ich war erstaunt, dass die Apple noch über 1.000 Euro angeboten hat. Aber klar, also für 1.600 ist natürlich durchaus was, was man mal durchkalkulieren kann. So, und wenn du 14 Zoll nimmst und dann den M3 auswählst, dann fehlen dir halt die zusätzlichen Ports und du hast keine, keine, nee, ich bin jetzt auch verwirrt. Wo fehlt der eine Port? Fehlt der beim Pro? Nee, 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 nee. Der Port, der dritte, der dritte Thunderbolt, oder der dritte USB, sagen wir lieber USB-C in dem Fall. Der dritte USB-C Port, oder es ist in jedem Fall auch ein Thunderbolt-Port, aber der fehlt dir. Der dritte fehlt. Und das heißt, beim Basismodell 14 Zoll MacBook Pro mit M3. Und das heißt, dir fehlt nicht nur der dritte Port, sondern es bedeutet auch, du hast auf einer Seite von dem Notebook keinen USB-C Port. Was bedeutet, dass du nicht auf beiden Seiten, was ich zum Beispiel sehr schätze und was vielleicht auch der eine oder andere sonst schätzt, den auf beiden Seiten laden kannst. Wenn du halt, weil du mit durch den USB-C, ich meine, du kannst den auch mit MagSafe natürlich laden, aber das ist ja auch nur auf einer Seite. Ich finde, es ist sehr gut, Notebooks auf beiden Seiten laden zu können. Das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich weiß, oder vielleicht ist das irgendwie mein persönliches Problem, aber ich rutsche da irgendwie oft rein und bin immer froh, wenn ich da flexibel bin und das auf beiden Seiten das Kabel anschließen kann. Das geht einfach nicht bei dem 14 Zoll Basismodell, weil du halt den dritten, dir fehlt der dritte Port. Du hast zwei USB-C, zwei Thunderbolt-Ports, die sind halt beide auf einer Seite. Und welches Modell war das, was einen Thunderbolt und noch zwei USB-4 hat oder keine Thunderbolt und nur USB-4, weil nicht auf allen Ports die volle Bandbreite geht? Da war noch eine kleine Einschränkung bei einem Modell irgendwo. Ja, die Basismodelle haben auch Thunderbolt, aber die sind nicht als Thunderbolt 4 gelistet. Aber das wird auch wahrscheinlich ihnen einfach nicht zugestanden, weil sie sowieso nur ein externes Display, du hast nicht auf jedem Thunderbolt-Port offensichtlich die volle Bandbreite. Du kannst ja nicht mehr als ein Display anschließen und ich glaube, Thunderbolt 4, da komme ich jetzt auch auf dünnes Speck als, aber ich glaube, wenn du deinen Anschluss als Thunderbolt 4-Port bezeichnen willst, dann müsstest du da auch mehr Monitore rauslassen können als nur. Ja, weil hier in dem Text steht nämlich zwei Thunderbolt USB-4-Anschlüsse bei dem Basismodell und ich dachte, dass da auf Englisch irgendwo noch was, hier steht, bei den größeren steht drei Thunderbolt 4-Anschlüsse, aber nicht Thunderbolt ohne 4. Genau, das ist der Trick, den Apple ja schon lange gemacht hat, ist einfach Thunderbolt-USB4 hinzuschreiben, statt Thunderbolt 4 hinzuschreiben. Also Thunderbolt 4 wäre gelogen, Thunderbolt USB4 ist aber okay und die anderen sind halt wirklich die, also ab dem Pro statt ab dem M3 Pro sind halt wirklich Thunderbolt 4-Ports. Du kannst jetzt natürlich darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist, ob das Thunderbolt 4 dir tatsächlich einen Vorteil bietet im Unterschied zu den Thunderbolt 3-Ports. Jetzt vor allem ja auch die älteren Modelle, das haben sie auch bei den älteren M1 Pro war es ja glaube ich auch noch so, das ist auch noch kein offizieller Thunderbolt 4-Port. Aber du hast ja von der Wandbreite, die du sonst da durchschieben kannst, unterscheidet sich ja Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 nicht. Also da sind so verschiedene Specs, Merkmale noch drum geknebelt, bei denen ich auch immer ins Rutschen und Schlingern komme und mir nicht mehr ganz sicher bin, was da alles an diese Spezifikation gebunden ist, wenn du halt Thunderbolt 4 auf dein Gerät schreiben möchtest. Und ja, insofern bleibt halt diese Basis, diese Basisunterscheidung hier zwischen dem M3 und dann halt den größeren Modellen. Aber ich glaube, im Alltagseinsatz ist halt so relevanter, dass dir halt einfach ein Port fehlt, ein USB-C, ein Thunderbolt-Port fehlt dir halt und du kannst halt eben nur diesen einen Monitor extern anbinden. Beim Basis M3. Beim Basis M3. Und es hilft auch offensichtlich nichts, den Basis M3 zuzuklappen, dann kannst du auch nicht irgendwie zwei Displays anschließen. Du könntest ja irgendwie, du könntest ja überlegen, okay, du klappst den halt zu, dann ist er irgendwie wie ein Mac Mini in Anführungszeichen. Und dann könntest du auch ja zwei Displays irgendwie extern betreiben, das geht aber nicht. Ja, genau. Also das, wenn man halt genau diesen einen kleinen Anwendungsfall hat, weil man, weiß nicht, irgendein komisches Thunderbolt-Dock oder irgendwas benutzen will, dann geht das halt vielleicht an dem Grad nicht. Aber das ist dann sowieso der kleinste, vielleicht benutzt man den dann sowieso nicht, weil man so wahnsinnig Pro ist. Ja, genau. Eben je nach Chip und nach wie viel Memory-Controller dort drin sind, dann jeweils bestimmte Speichergrößen möglich machen oder eben nicht. Und das hängt dann halt an der Auswahl der CPU. Das heißt, du hast jetzt hier die Auswahl bei diesem Modell zum Beispiel zwischen 18 und 36 Gigabyte RAM. Und wenn du die größere CPU mit dem Max reinnimmst, dann wechselt das von 36 auf 96 hoch. Und wenn du den ganz großen Max nimmst mit den vier Memory-Controllern, dann hast du die Wahl zwischen 48, 64 oder 128. Ja, ja. Das ist soweit schon klar, aber man muss halt sehr genau nachdenken, welche Möglichkeiten gehen, was kann man bezahlen, wofür braucht man das? Und ist halt ein bisschen jetzt vorab eine wichtige Entscheidung, die man da treffen muss. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Vielleicht mache ich es mir da ein bisschen sehr einfach. Jetzt bin ich gespannt. Also jeder, der irgendwie sinnvoll mehr als 16 Gigabyte Arbeitsspeicher brauchen kann, der weiß eigentlich auch, was er da tut. Sprich, jemand, der nicht weiß, warum er mehr Arbeitsspeicher brauchen sollte, der braucht auch nicht mehr Arbeitsspeicher. Ich meine, wie gesagt, die 8 Gigabyte, das ist ja auch das Problem von diesem M3 14 Zoll Modell, dass du eben 8 Gigabyte halt hast. Was mir bis jetzt halt bei dem 14, das 14 Zoll MacBook Pro fing ja bis jetzt einfach, die Basiskonfiguration waren 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte SSD. Die SSD haben sie jetzt zumindest bei 512 gelassen, aber der Arbeitsspeicher ist halt jetzt 8 Gigabyte bei diesem neuen 14 Zoll Einstiegsmodell. Das ist fies. Das ist fies, weil in dem Moment, in dem du diesen Aufpreis schon zahlst, der kostet ja bei Apple schon, wenn du von 8 auf 16 gehst, kostet glaube ich 230 oder so Euro. Das heißt, du bist jetzt, bist du schon aus diesem 2000 Euro Bereich bist du schon raus und dann kannst du eigentlich gleich zum nächsten Höheren geben. Das weiß natürlich Apple auch, aber das macht es halt ziemlich albern, weil mit den 2230 Euro kannst du eigentlich auch noch ein bisschen drauflegen, kannst du nochmal irgendwie 250 drauflegen und bist dann halt bei der Pro Variante, bei der M3 Pro Variante, die du nicht nur in schwarz bekommst, was natürlich klar zu bevorzugen ist, offensichtlich klar zu bevorzugen ist, sondern dass du natürlich dann auch die ganzen anderen zusätzlichen Optionen hast, in einem Port mehr und halt nicht diese, hast halt ganz immerhin zwei externe. Displays anbinden und hast halt auch von den Specs natürlich ein viel leistungsfähigeres Gerät, wo man natürlich dann wieder die Frage stellt, brauchst du es halt wirklich oder brauchst du es halt nicht. Aber das macht dieses Einstiegsmodell, weil das Einstiegsmodell war ja halt so attraktiv bis jetzt, das 14 Zoll MacBook Pro war halt, also ich fand das Basismodell immer unglaublich attraktiv, weil es halt knapp 2000 Euro gekostet hat und du dafür ziemlich viel Compute Power bekommen hast in den bisherigen M2 Pro und M1 Pro Varianten. Aber jetzt ist es halt, muss man halt, genau, muss man sich halt all diese, in Anführungszeichen Minuspunkte vergegenwärtigen. Man kann es noch ein bisschen vereinfachen, dass man, wenn man hier diese Liste anschaut mit den Preisen und so. Also man muss eigentlich leider bei den ganzen Preisen nochmal 460 Euro drauflegen, weil du musst bei fast allen Modellen musst du eine Stufe, bei den billigeren musst du eine Stufe RAM und Storage hochgehen, damit du da was Vernünftiges bekommst. Weil dieses Basismodell für 2000, davon sollte man wahrscheinlich die Finger weglassen, was man normalerweise nicht bei jedem Apple-Modell, also gibt es so Zustände in dem Mac-Line-Up, wo sie keinen schlechten Rechner verkauft haben. Jetzt verkaufen sie wieder nicht schlechte, aber überteuerte Rechner und wenn du noch 10 Prozent drauflegst, dann wird es sehr, auch ein bisschen zukunftssicherer. Wenn deine Web-Apps explodieren und zu viele Tabs offen hast, was sehr leicht passiert, dann ist halt dieser 2000 Euro Rechner in der Basisvariante relativ ärmlich. Und ich meine, sie nehmen auch von den CPUs, nehmen sie auch den ganzen Ausschuss, den verkaufen sie trotzdem. Also wir haben auch eine Meldung vor einer Weile gelesen, dass quasi TSMC den Deal mit Apple gemacht hat, dass TSMC die komplette Ausschussware selbst bezahlt und nicht berechnet. Wenn das der Fall sein sollte, dann haben sie aber auch im Gegenzug den Deal mit Apple gemacht, dass sie auch die Chips, die gerade so funktionieren, trotzdem verkaufen. Und dann kommen halt diese Dinger rausgefallen, wo einer von vier Memory-Controllern kaputt ist und dann wird der trotzdem verkauft. Es ist nur ein Spiel von, wie heißt Yield auf Deutsch, von Ausbeute und das spielen sie jetzt hier mit ganz neuen, vielen Karten. Also es ist schon sehr viele Varianten und Kombinationen, die du jetzt bestellen kannst. Die Karten sind sehr viele, definitiv. Also es ist eine wilde Liste. Also ich meine, wenn du halt diesen, ich verstehe ja, wenn du in diesem Pro-Bereich unterwegs bist, dann hast du vielleicht auch die Nerven und die Expertise, dich da durchzufummeln und das Richtige für dich zu finden. Der M3 ist halt ein, ja, der steckt halt auch in einem MacBook Pro als Pro-Rechner, aber der ist halt nicht so, also weitaus nicht so attraktiv in diesem Rechner. Über den iMac können wir nochmal dann separat reden, wie die anderen beiden Chips, die Varianten M3 Pro und M3 Max. Ja. Also das muss man, also wenn du bei diesen Pro-Geräten bist, dann kannst du, dann musst du das so deutlich sagen. Ja, Apple hat halt die ganze haarsträubende Strategie gemacht, auf dem Event halt zu sagen, hey, wir haben das 14 Zoll MacBook Pro, wir haben das jetzt billiger gemacht. Aber das ist nicht das, was sie gemacht haben, sondern sie haben einfach unten dran halt ein komisches Modell gesetzt, was besser ist als das 13 Zoll MacBook Pro, was ja letztlich dadurch abgelöst wird. Ja, was nicht schwierig so schwierig war. Das ist dafür aber natürlich auch deutlich teurer ist als das 13 Zoll MacBook Pro, aber natürlich auch das viel, 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 viel bessere Display bietet. Aber halt jetzt im Vergleich zu den bisherigen halt Modellen mit den Pro und Max Varianten halt einfach massive Abstriche hat, die man einfach sehen muss. Und gerade bei den Euro-Preisen macht es das halt unangenehm. Ich meine, man weiß ja auch immer nicht, wie sich es dann im Handel natürlich entwickelt. Also wenn dieses Einstiegsmodell sehr schnell, sehr weit unter diese 2.000 Euro Marke fallen sollte, dann kann man sicher da nochmal neu drüber diskutieren. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass für 2.000 Euro und eben mit dem Ding, dass du eigentlich nochmal draufzahlen musst für Arbeitsspeicher mindestens und eventuell auch Speicherplatz, dann bist du schnell zu teuer für dieses Modell. Dann müsstest du eigentlich gleich zum Pro greifen, aber da bist du natürlich dann gleich wieder die nächste Preisstufe hoch. Pro Chip. Ja, genau. Wir sind ja überall beim Pro MacBook Pro. Ja, MacBook Pro, M3 Pro. Da bist du ja schon bei 2.500 dann gelandet und dann musst du da ja auch nochmal überlegen, brauchst du irgendwie mehr Speicherplatz. Wir wissen noch nicht, wie schnell die SSDs dann oder wie schnell der Flash-Speicher jeweils ist in dem Modell. Das sehen wir dann alles erst. Ja, und irgendwie die oberste, also falls du einen Anwendungsfall haben solltest, wo du die 8 Terabyte zum Beispiel wirklich drin haben müsstest, dann geht das auch nur mit der größten CPU zusammen. Dann musst du den größten Chip nehmen, damit du da die größte SSD reinbekommst, weshalb auch immer. Sie haben ja das Problem so ein bisschen, dass eigentlich die MacBook Airs sind ja zu gut. Ja, also sie haben die MacBook Airs, die decken ja sehr, sehr viel ab. Und wenn du mit dem etwas schlechteren Display leben kannst, dann kommst du mit dem sehr weit. Ja, und auch wenn das jetzt eine Generation zurück, den Chip hat, der Sprung von M2 zu M3 ist nicht so riesig. Ja, und vielleicht gehen sie auch deswegen so hier, lehnen sie sich hier so in diese Pro-Anwendungsfälle rein, so Ärzte, DNA, Sequencing und super 3D-Animation. So und so aspirational, wie bei der Watch. Ja, weil eigentlich für die allermeisten mobilen User wäre halt das Air völlig ausreichend, kostet ein bisschen weniger. Und so greifen sie halt die Leute, die ein bisschen mehr möchten, mit relativ saftigen Aufpreis oben ab, würde ich sagen. Das Air, das musst du halt, da willst du halt auch vielleicht die 8 GB dir ersparen und auf 16 gehen. Und dann bist du halt bei 2050. Also das ist der Euro-Preis. Es ist halt ein MacBook Air, 15 Zoll ist halt auch ein 2000-Euro-Rechner. Das macht es halt schwierig. Das ist ja genauso wie bei der Plus-Reihe von den iPhones, dass die preislich schwierig sind an einem gewissen Punkt, weil du halt in die Pro-Schiene rutscht zwangsläufig oder sehr nah dran bist an den Pro-Preisen. Aber du musst halt, also du darfst die Startpreise nicht so hernehmen als Marker, weil alles rutscht halt alles so ein bisschen nach oben. Und vielleicht kannst du sie doch als, du musst sie halt verstehen, wenn du sie hernimmst als Startpunkt. Wenn du den Startpreis als, verstehst, dass das nicht der Startpreis bleiben wird und alles einfach in Reihe hochrutscht, dann ist das auch verständlich. Du musst dich halt nur darauf einlassen, dass halt nicht 1800 bei dem MacBook Air zum Beispiel stehen, sondern es fängt halt bei 2000 an. Und das andere fängt nicht bei 2000 an, sondern bei 2500 an. Und also wenn du halt eine Empfehlung abgeben möchtest. Das Problem, ich meine, du fragtest eben nach Retail und so weiter. Das Ding ist halt, diese Standardpreiswerteste Konfiguration ist halt wahrscheinlich das meistgekaufte Ding. Wahrscheinlich schon, ja. Und deswegen sprechen wir wahrscheinlich auch ausführlich drüber, weil it matters so, weißt du? Das ist so. Und das ist das, was die Hersteller, glaube ich, bestellen zum Verkaufen. Es verkauft sich am meisten, es ist der günstigste Preis und wird einfach so rausgeschoben. Und das kann halt ein Problem sein, weil die 8 Gigabyte, die könnten die halt, also ich bin mit 16, wie gesagt, mit meinem Rechner völlig zufrieden, aber es sind halt auch nicht 8, sondern es sind halt 16. Ja, ich würde auch sagen, also ich meine, 16 ist echt untere Grenze. Mit 16 kommt man, glaube ich, gut zurecht. Also ich weiß, dass ich gut damit zurechtkomme und Alex, du aufsichtlich auch. Insofern, ich glaube, damit ist, also wenn man nicht irgendwie spezifisch eben, wenn man nicht weiß, dass man mehr als 16 Gigabyte braucht, dann nimmt man dieser 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und weiß, dass man da irgendwie wahrscheinlich auch auf längere Sicht will. Ich meine, dafür, dass du eben eine schnelle SSD da drin hast und der Speicher schnell angebunden ist und WECOS sich meistens, zumindest halbwegs, glaube ich, anstellt, was es da mit seinem Speicher macht, kommt man damit ganz gut zu Rande, unterm Strich, glaube ich. Meine Rechnung ist ja auch immer die, dass du dieses Upgrade, was bei mir, glaube ich, diese 400 Euro oder 450 Euro gekostet hätte, dass ich mir dieses mit dem ersten Rechner spare und dadurch, wenn ich dann das nächste Mal upgrade, sozusagen eine neue Maschine bekomme und mit anderen neuen Featuren und nicht diese 450 Euro in dem alten Gerät, wo ich den Arbeitsspeicher-Moment vielleicht noch nicht brauche, dann reinvestieren kann. Also letztendlich geht das Geld eh immer zu Apple, aber die Frage ist halt, wann, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Rechnern. Das war ja klar, dass du da schon wieder eine interessante Rechnung einkalkuliert hast. One billion dollars, two billion dollars. Ich habe mein 2013er MacBook Pro, 16 Gigabyte RAM. Mein 2021er MacBook Pro auch 16 Gigabyte RAM. Und mit beiden eigentlich soweit, außer mit virtuellen Maschinen und ein bisschen AI-Kram. Also jetzt bei dem neuen AI-Kram, das alte hat kein AI-Kram gerechnet. Aber 16 ist ein okayes Ding so für General-Dingsbums, wenn du jetzt nichts Verrücktes machst. Und das ist halt auch interessant, wo diese mobilen Rechner, was sie jetzt auch sich fünfmal da betont haben, wo sie diese mobilen Rechner, die kleinen Rechner, jetzt dem Mac Pro oben das Wasser abgraben. Weil ein Anwendungsfall von unserem Freund, Janil Parfit, der Komponist auf YouTube, der hat gesagt, er will unbedingt alle Samples in RAM haben. Das haben sie eben hier in der Sendung diesmal gesagt, in dem Werbeclip diesmal gesagt, du kannst all deine orchestralen Samples im RAM halten. Das haben sie wirklich persönlich für ihn eingefügt, den Satz. Und ich kenne mich damit nicht aus, weil inzwischen hast du ja auch sehr viel schnelle SSD-Storage, wo du auch deine Samples wahrscheinlich relativ flott laden könntest. Das weiß ich nicht. Ich meine auch im Vergleich zu den, die Vergleiche, die sie jetzt gezogen haben, zu den alten Intel Macs. Die alten Intel Mac-Basismodelle hatten drehende Festplatten drin. Ja, gerade für mein Mac. Ich meine, da ist alles schneller. Ja, ja, ja. Das ist keine große Kunst, dass da irgendwas schneller läuft. Gerade auch so von der gefüllten Geschwindigkeit. Ja, also das ... Es ist halt ... Du kannst an die größeren, kannst du jetzt eben drei externe Displays anschließen. Nee, vier sogar. An den ganz großen kannst du vier externe Displays anschließen. Und das ermöglicht natürlich schon ganz, ganz, ganz hübsche Dinge, die wahrscheinlich so nicht möglich waren. Sie könnten auch immer noch sich mehr die Display-Port-Geschichten, dass du so Display-Port-Daisy-Chainen könntest. Eigentlich könnten sie mal angehen. Machen sie aber nicht. Die ganzen PCs, da könntest du auch hinter die Displays noch weitere Displays hängen. Also in der einen oder anderen Konfiguration. Das geht bei Apple nicht. Aber da geht wahrscheinlich schon ... Also, ich weiß es nicht. Also, wer ist denn die Zielgruppe für dieses Ich-habe-meinen-Schnitt-Platz-immer-auf-dem-Laptop? Vielleicht gibt es das tatsächlich, dass jemand im Studio die vier Displays stehen hat und dann aber am Set mit dem Laptop rumrennt. Vielleicht gibt es das. Vielleicht haben sie das auch bei dieser Produktion gemacht. Wenn du dir da die Tischchen mit den Geräten anschaust, da war natürlich viel Zeug dabei. Ja, ich weiß es nicht. Also, nachdem sie sehr deutlich gesagt haben, dass man von seinen Intel-Kisten jetzt da einen großen Sprung macht, was nicht gelogen ist, das ist halt auch ein großer Sprung an Geld. Aber es ist halt auch ein Ding, wenn du damit tatsächlich promäßig arbeitest und dein Geld damit verdienst, dann ... Die Dinger sind alle schon sehr teuer und du kriegst sie halt oben auf 7.000 Dollar. Ich weiß nicht, was der Europreis das teuerste ist, wahrscheinlich 8, 9 irgendwas. Ist schon schmerzhaft, aber damit geht halt jetzt auch mobil tatsächlich, geht Zeug, was vorher einfach überhaupt nicht ging. Ja. Es sind halt schon geile Rechner, muss man schon einfach sagen. Also, ich meine, ich finde die Kritik sehr berechtigt und trotzdem kann man sich am Ende hinstellen, dass es schon alles sehr, dass der Stand der MacBook Pros ein sehr okayer ist, würde ich schon sagen. Also, Details können wir kritisieren und trotzdem sagen, das ist ein verdammt geiler Rechner und der wird einen halt für viele Jahre, je nachdem, wie man ihn für sich konfiguriert, sehr, sehr glücklich machen, muss man ernsthaft sagen. Also, ich bin ja echt dieses Jahr erst diesen Sprung gegangen und ich kann das nochmal bestätigen, also, falls es noch jemand hören muss. Also, es ist einfach, man kann sehr glücklich mit Instant Computing werden. Also, das ist schon, weil der läuft doch hier durch und der ist einfach, der zählt nicht. Also, ich muss sagen, ich bin super glücklich mit, also, es ist unvorstellbar, dass ich so lange auf einer Intel-Kiste rumgehangen bin. 8,5 kostet der Größte. Ja. Ja, ich glaube, man muss es nochmal unterstreichen. Ich meine, wir haben es an der einen oder anderen Stelle in früheren Sendungen schon gesagt. Aber gerade, also, ich meine, das 14, 16, 14, 16 Zoll, kann man natürlich sich überlegen, was man da selber braucht, aber beide Modelle, oder, ich meine, ich hatte das 16, hatte ich jetzt nie länger im Einsatz, aber das 14 Zoll MacBook Pro ist für mich klar, das irgendwie allerbeste Notebook, was Apple seit, wenn nicht jemals gemacht hat, seit vielen, 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 vielen Jahren gemacht hat und seit, seit das erste 14, seit seit 2021 auf den Markt kam. Das sind einfach wirklich hervorragende Geräte und da macht auch dieses neue M3-Basis-Modell, tut dem keinen Abbruch mit all seinen Haken und Fußnoten und Sternchen und Pferdefüßen und was man halt beachten muss. Aber die Modellreihe selbst ist einfach eine fantastische. Also das ist wirklich, was das MacBook Pro angeht, dem MacBook Pro ging es nie besser. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Das ist das alte M1 Pro schon so all. Oder es kommt irgendeine und trotzdem noch gut. und Spooky Stimme kommt. Spooky, Spooky reingeschlichen hat er sich. Licht noch aus. Jetzt ist es zu gruselig. Sehr gut. Hallo. Ist es so scary fast alles? Da, ja, muss man aber vorsichtig sein. Wir holen dich gleich rein. Jeden Moment. Ja, ja. Wo ist er? Da ist er. Guck mal. Guck mal, wie scary. Mit den Spinnen auf dem Kopf. Das ist wirklich sehr scary alles heute. Bist du so rausgegangen? Nee, ich hatte ein Bananenkostüm an. Natürlich. Also wenn Spooky, dann richtig Spooky. Natürlich. Und deswegen musste natürlich das Bananenkostüm ja. Okay, gut. Wie du dir denken kannst, haben wir gerade über die MacBooks gesprochen. Auf was für einem Rechner arbeitest du jetzt? Auf dem 14 Zoll M1 Pro mit 32 Gig. 32 Gig übrigens die einzig korrekte Konfiguration. Ich war schon in der Lage, ein bisschen zuzuhören. Da hat es überlaufen geworfen. Von daher 16 zu wenig. 8 sollte unter Strafe gestellt werden, dass man sowas überhaupt verkauft. Aber gut. Mei, whatever floats your boat. Und wie ich gerade schon sagte, diese M1 Pro 32 Gig Maschine, die fliegt ganz schön. Und klar sind immer diese Zahlen 60 Prozent, schneller 40, whatever. Aber ist halt schneller als bisher. Ja, und das dürfte relativ beeindruckend sein. Ich habe jetzt nicht das Problem, dass der Rechner so an sich jetzt zu langsam wäre. Ich habe mehr das Gefühl, dass einfach macOS so ein bisschen schimmelt unten an der Unterseite. Also wenn du jetzt irgendwie, ich habe öfters das. Edelschimmel aber. Bitte, pass dir ein bisschen lauter, bitte. Edelschimmel. Edelschimmel. Zum Beispiel, wenn du mit Spotlight nach einer App suchst oder sowas. Und du bist aber gerade frisch gebootet, dann ist er noch nicht in der Lage, seinen Spotlight-Index zu finden und findet einfach so eine App wie Terminal nicht oder so. Ja, also seltsames Zeug passiert halt. Das nervt dann mehr oder wenn halt irgendwie zum 17. Mal, weil es Dienstagnachmittag ist, einfach AirDrop nicht funktioniert. Und lauter so. Das ist aber kein Problem von der Geschwindigkeit, von dem Chip oder so. Das ist halt macOS, was so ein bisschen stinkt. Ja, aber Basti, du hast das Ding angeschaut? Natürlich habe ich das Ding angeschaut. Aber das konnte man ja irgendwie zwischen zwei Bissen von irgendwas, konnte man das ja anschauen. War ja so schneller vorbei, als wir heute angefangen. Eine halbe Stunde noch. Was beißt du denn um ein Uhr nachts? Glücklicherweise um ein Uhr nachts. Nee, ich hätte mich ja in den Allerwertesten gebissen, wenn ich um ein Uhr nachts aufgewacht gewesen wäre, nur um mir dieses Ding anzugucken. Weil ich bin gleichzeitig begeistert und enttäuscht von diesem Event. Und es war wirklich scary, in vielerlei Hinsicht. Aber klar, habe ich natürlich angeguckt. Wir haben ja vorher auch besprochen, was hätten sie denn sonst machen sollen? Sie wollten so ein Video machen wieder. Und dann waren sie quasi gezwungen, das auch als Live-Event zu spielen. Dass sie die Uhrzeit genommen haben, das war dann ihr Fehler. Ja, wenn es natürlich irgendwie alles gloomy und dark haben willst, dann machst du es halt am Abend. Und wenn du auch willst, dass die Leute, zumindest in Nordermär, ja gut, bei uns auch, bei uns hast du dann auch die Nacht- und Nebelfeelings, dann musst du es halt zu spät machen. Hilft ja alles nichts. Aber zum Beispiel die Superbowl-Halbzeit-Show, die ist auch immer bei Strahlen im Sonnenschein. Und das ist immer völlig daneben. Ja gut, ich glaube, sie haben gar nicht auf völlig daneben gezielt, sondern mehr auf dunkel und so weiter und so fort. Ja, aber. Ja. Na ja, was, was, mit dir rede ich gleich noch über die, die Videogeschichte, glaube ich, ein wenig. Wir machen, wir knoten jetzt mal das MacBook Pro, glaube ich, zu. Darf ich noch kurz erwähnen, den Gedanken, den ich fortsetzen wollte, bevor hier die Spinnen reinkamen. Entschuldigung. Wir haben, ich bin sehr gespannt auf die Hands-on, weil diese fingerabweisende, wie sagt man, fingerabdruckabweisende Beschichtung, die darf es dann gerne auch in allen anderen Laptops schaffen, wenn die denn wirklich so spektakulär ist, wie sie zu sein scheint. Also ich, muss man mal abwarten. Aber dass sie daraus ein Ding gemacht haben dieses Jahr, fand ich spannend. Und das ist ja etwas, was das MacBook Air zum Beispiel stark betrifft, würde ich es einfach mal sagen. Wenn er allergisch gegen ist, dann... Nicht nur das MacBook Air. Ey, mein Screen sieht aus wie Schwein. Und mein Case sieht aus wie Schwein. Also es sieht alles immer aus wie Schwein. Ja, deswegen, vielleicht ist das, also ich bin mal echt gespannt, was sie da haben und wie sich das auf Dauer hält und so weiter. Aber dass sie das explizit erwähnen und das scheinbar toll finden, mal gucken. Ich bin ja schon froh, dass mein MacBook Air, dass das ein bisschen dunkler ist als das nackte Aluminium. Aber es kann natürlich noch dunkler sein. Aber wenn es dann aussieht wie Schwein dafür, so wie früher das Plastik-MacBook in Schwarz ausgesehen hat wie Schwein. Und du schmierst ja auch deine Handflächen dort auf die Ablage drauf und so. Also was ich bis jetzt gelesen habe, ist so, ist es besser als vorher mit der neuen Fingerschmutzabweisung, aber nicht unsichtbar. Also du siehst es schon noch, aber weniger als vorher. Ja, das wie gesagt, aber das wollte ich nur erwähnt haben, weil also gerade das MacBook Air, das war ja ein großes Thema mit dem Midnight Blue, was sie im Sommer vorgestellt haben, dass es da so ein Fingerprint-Magnet zu sein scheint. Ja. Es kann ja fast froh sein, dass sie nicht 150 Euro auf Preis für Schwarz nehmen. Als hätten sie das jemals gemacht. Du bist noch stumm geschaltet, Leo. Sie tun es ja... Sondern 350 Euro war mein Witz. Weil sie tun es ja quasi. Also du kriegst es ja nicht in der M3-Konfiguration, sondern musst du die Pro oder Max-Mario kaufen. Weil M3 Basic ist nicht schwarz-tauglich. Kann nicht schwarz gemacht werden. Aber es ist wenigstens nicht dasselbe Modell in schwarz, was da 300 Euro mehr kostet mit dem M3-Basis-Modell. Ich weiß nicht, also mein 14 Zoll, mein nicht silber, sondern graues 14 Zoll-Modell, da sind auch keine Fingerabdrücke drauf. Nö, hier auch nicht. Tragt ihr das dann aus dem Haus, dieses Ding? Ja, aber im Haus spazieren. Ja, und manchmal auch aus dem Haus, aber selten. Also ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen Smudges auf dem... Vielleicht liegt es daran, dass ich immer alles zwischen zwei Bissen gerade mache. Offensichtlich, wie wir davon gelernt haben. Aber ich schaffe das schon, dass da immer irgendein Kleberest drauf ist von irgendeinem Erdnussbutter-Toast. Ja gut, also gewisse Erdnussbutter-Rückstände kann ich vielleicht auch nicht ganz von der Hand halten. Also Alex, kein Notebook für dich meins. Also wirklich, dass er vorsichtig sein wird. Einen Notebook ist mir ja eh egal. Ja, das kommt ja noch dazu. Also wenn du jetzt ohne Rechner irgendwie dastehst und musst du jetzt irgendwas kaufen, wie entscheidest du jetzt zwischen dieser inzwischen doch sehr großen Palette von Geräten und auch innerhalb von den Geräten hast du jetzt die Auswahl zwischen zwei, drei verschiedenen CPUs und stationär oder eben den MacBooks oder den Mac Studio, wenn es denn sein muss, oder Mac Pro. Ist schon jetzt eine große Auswahl, wo Apple wahrscheinlich sich jetzt auch nichts dagegen hat, wenn du mehrere davon kaufst. Aber wenn du nur ein Ding haben kannst und bezahlen willst und so, dann ist vielleicht jetzt, dass das... Ich habe mich gerade schon wieder vom Gegenteil überzeugt. Vielleicht ist das MacBook Air total uninteressant und du musst eigentlich auf so ein Pro gehen, weil du immer eine Stufe... Du kannst immer ein Argument finden für eine Stufe hoch. Ja, schon. Das Air ist schon dünn. Also nicht nur, was den Formfaktor angeht. Also ich hatte ja den Vergleich, ich hatte ja vorher so ein M1 Air und jetzt dagegen das M1 Pro Pro. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ja nicht nur, dass da hinten ja jetzt Pro steht, sondern das hat ja auch weniger Kerne und das hat weniger alles. Und das ist doppelt so dick, das dicke. Ja, ja. Du meinst, das ist das MacBook Pro. Ja, who fucking cares? Also es ist ja nicht so, also vielleicht schätze ich deinen Use Case falsch ein, aber ich sehe dich jetzt nicht so als die ganze Zeit als so der Hipster mit so einer Umhängetasche, der dann auf dem Longboard von einem Kaffeehaus zum anderen Sprichwert. Ist das von Alex? Ist das Alex? Genau, deswegen. Ja, ich bin schön. Was für ein Bild ihr von mir habt. Und du merkst es halt schon, also dieses MacBook Air, was ja so im Großen und Ganzen dieselben Specs hat. Es hat ein bisschen weniger RAM, fairerweise, und hatte halt den etwas kleineren Prozessor, aber es hat sich halt angefühlt wie ein halb so schnelles Telefon, wollte ich schon sagen, halb so schneller Rechner. Also es war wirklich enorm, der Unterschied. Mhm, ja. Ich weiß auch nicht, was Leute so damit machen, weil ich weiß nicht, wie es im aktuellen Job bei dir ist, aber so viele Pro-Anwendungsfälle sind halt trotzdem nur Zoom und Dokumente und das ist alles wurscht, auf welchem Rechner du das tust. Ja, dachte ich halt irgendwie auch, aber also spätestens, wenn du halt in einer Hölle wie Teams oder so gefangen bist, die halt wirklich alles kann, bis auf irgendwie effizient mit Ressourcen umgehen, dann wird es halt ganz schnell unangenehm, wenn du parallel Dinge machen musst. Und dadurch, dass wir ja in einer Welt leben heutzutage, wo sich die meisten Entwicklerstudios gar nicht mehr die Mühe geben, native Applikationen zu bauen, sondern wo man sagt, ja, guck mal, eine schlechte Web zusammenstecken können wir ja und irgendein Zero-Day-behaftetes Elektron außenrum flanschen, das tut ja auch. Das summiert sich ja. Also wenn wir mal gucken, was da bei uns auf den Büchsen läuft und was so das Grundrauschen ist an RAM, der verbraucht wird, an CPU-Cycles, die verbraucht werden, einfach um drüber nachzudenken, wie HTML gesprochen wird, dann bist du halt schnell irgendwie, da ist man schnell voll, ne, und also die, was so CPU-Cycles angeht und so weiter und so fort. Also ich erinnere mich beim Air, dadurch, dass das ja weniger Performance-Cores hat und insgesamt aber weniger Cores hat, das war relativ, die meiste Zeit sehr damit beschäftigt, so den ganzen Web-Shit, der so mitläuft. Und sei es nur ein Slack und sei es nur, da ist eh ein Browser offen und dann hast du noch irgendwie so ein, zwei Tools offen und dann muss irgendwie noch ein Teams laufen, was, ich behaupte mal, auch eine Web-App ist. Also da ist inzwischen ja auch nichts mehr, nichts mehr nativ auf dem Mac und dann läuft da noch irgendwo ein Outlook mit, und das ist ja die Welten, der Business-Casper und die Business-Casperin heutzutage so leben und dann ist diese Kiste schon am Schwitzen und wenn du dann mal in die Verlegenheit kommst zu sagen, ich hätte jetzt gerne, weiß ich nicht, ich würde jetzt gerne einen Whisper benutzen. Alter Fall, also mit dem Whisper kannst du wirklich alles an die Wand fahren, ist jetzt nicht der 0815-Newscase, aber nichtsdestotrotz ist dann noch ein Spotify offen und ein Spotify, da schreit sogar meine Uhr an der Stelle und sogar ein Spotify ist ja auch nichts anderes als irgendeine Elektron-App und da bist du halt schnell am Limit und das merkst du halt mit dem Pro gar nicht. Ich habe mal hier meinen Activity-Monitor aufgemacht und jetzt für den Anwendungsfall während der Sendungsaufzeichnung habe ich 12 Gig von meinen 16 belegt und das allermeiste sind ätzende Web-Apps, das ist richtig. Bei der CPU ist ganz lustig, dass ich habe hier zwei Apps, die mehr oder weniger das Gleiche machen, nämlich einmal die Controls für den Switcher und einmal die Controls für den Mixer. Der Mixer ist eine Web-App und verbraucht 15% CPU und der Switcher ist eine C++-App und die braucht 1,5% CPU. Also es ist, wenn halt Apple mir Entwickler auf nativen Code bringen würde, dann würden die Kisten noch mehr fliegen. wenn du halt in der echten Welt lebst und nicht die ganze Zeit nur DNA-Sequencing machst, dann hast du halt vielleicht das Problem. Ja, vielleicht sollte man das aber einfach mehr machen und da hast du vielleicht dann aber auch plötzlich die nativen Apps und so weiter und so fort. Also ich gucke hier gerade auch bei mir, 25, 24 Gigabyte von meinen 32 sind einfach aktuell belegt. Also es ist nicht weiter schlimm, weil da ist ja noch, also 32 minus 24 ist ja, da ist ja noch was, da sind halt einfach noch 8 Gig, die einfach frei sind und das ist ganz nett und CPU ist auch, das Schlimmste gerade ist hier Video Encoding, also die Kiste, die pennt vor sich hin und ich weiß noch, wir haben diese Sendung auch schon gemacht mit dem Air und das ist, also mit dieser Sendung ist dieses Air einfach völlig beschäftigt in jeder Hinsicht. Okay, also doch das Pro kaufen. Immer das Pro kaufen. Ja. Ja, ich weiß, also ich bin mit meinem Pro, M1 Pro, renne ich eigentlich an wenig Grenzen. Whisper ist so ein Fall, wo es einfach zu zäh, wird und ich weiß jetzt gar nicht, da hatten sie glaube ich gar nichts dazu gesagt, ob sie jetzt die Media Engines diesmal vergrößert haben. Ich habe da nichts gehört. Vergrößert? Nee, da habe ich jetzt auch gar nichts im Kopf, außer halt, dass sie AV1 so wie auf dem iPhone 15 Pro dekodieren, aber was sie sonst gemacht haben, kann ich mich auch nicht erinnern, dass irgendwas Spezifisches herausgefallen wäre. Ich vermute aber, dass sie zumindest, was den M3 als Basis angeht, dass der vielleicht, zum M2, da müssen wir mal sehen, was da irgendwie, da haben sie beim M2 schon nachgelegt, bei der Media Engine, aber mal sehen, ob da der M3, der Basis M3 noch irgendwie so einen Unterschied macht. Und ich habe ja auch im Vergleich zu dem Final Cut User, den sie dort zeigen, You Can Be This Guy, das Studio ist ganz lustig, was sie ihm da aufgebaut haben, der You Can Be This Guy Guy, nämlich haben sie dort, hier genau, haben sie dort so ein Ding, wo sie so ein bisschen Schaum an die Wand gepappt haben, auch schief übrigens, Stylings oben, da hat jemand nicht aufgepasst. Furchtbar. Und ich meine, der Anwendungsfall ist anders als bei mir, weil was wir immer jetzt, wie sagt man auf Deutsch, tauten, was sie tauten, womit sie angeben, was das jetzt kann, ist ja ganz viele 8K-Streams durchschieben, gleichzeitig. Ist mir ja völlig wurscht, ich will ja nur einen 2K-Stream durchschieben, den dafür aber schnell und das macht er nicht. Dann ist einfach dein Use Case falsch. Also wir müssen, glaube ich, hier neu denken, wir müssen 8K-Streams zu dir schieben. Genau, weil das hier mit deutschem Internet gehen würde. Einfach so lol. Nee, also das, der Arbeitsplatz sieht sehr lustig aus, ist natürlich völliger Quatsch, weil er hat nicht mal einen Center-Lautsprecher, dafür ein links, rechts und links, rechts, hinten nochmal dazu. Also macht keinen Sinn, hinten und vorne. Also hinten noch weniger als vorne. Nee, vorne auch nicht. Also völlig sinnlos. Ja, die MacBooks. Ich hätte jetzt auch mich nicht komplett gewundert, wenn die erst nächstes Jahr rausgefallen wären. Jetzt schauen wir mal, wie die Lieferzeiten und sowas sind. Es können natürlich auch sein, dass sie effektiv tatsächlich erst nächstes Jahr rauskommen. Ja. Nach der ersten Runde. Also jetzt zum Beispiel die iPhones, das habe ich so ein bisschen im Blick behalten, die sind jetzt so mehr oder weniger durchgehend lieferbar. Also, und auch wenn du zu Beginn die erste Runde verpasst hättest, dann hättest du es Anfang November bekommen. Also die hatten so diese fünf Wochen oder so Vorlauf hatten sie jetzt an mehr Bestellungen als was sie liefern können und jetzt sind die iPhones so ungefähr lieferbar. Wenn du jetzt mit so einer ähnlichen Verzögerung mit der zweiten Runde MacBook Pro Bestellungen rechnen würdest, fünf Wochen in die Zukunft ist Weihnachten. Ja, also das mehr oder weniger sind wir jetzt nach 24 rüber gerutscht und passt schon. Aber ist, was können wir denn jetzt aus dieser Verteilung von diesen neuen Chips auf diese Geräte, was können wir denn da jetzt ableiten? Also wir haben jetzt den dritten Chip gesehen, jetzt kommt der dritte Chip als erstes in den MacBook Pro. Können wir da wieder rechnen, dass nächstes Jahr der M4 in das neue MacBook Pro im Herbst reinfällt? Ne, würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob der uns näher zu einem Rhythmus gebracht hat jetzt. Also der hat ja den alten Rhythmus, wenn man das so will, wieder gerade gezogen so ein bisschen. Ich würde es ja noch deutlicher formulieren, niemand hat ja auf diese M3 MacBook Pros gewartet, nachdem jetzt vor acht Monaten die M2 kam. und ich meine, also dass Apple jetzt sagt irgendwie, dieses Jahr ist kein M3 mehr, ich glaube, das war sogar, niemand hätte da mit den Schultern gezuckt, also ganz ernsthaft. Aber sie haben es scheinbar jetzt vorgezogen, weil es ist natürlich zweifellos das wichtigste Gerät in ihrem Line-up und es sind ja so viele Modelle mit so vielen verschiedenen Konfigurationen, es hat schon eine Aufgabe für sich, das ganze Ding auch irgendwie durch die Maschinerie zu treiben. Also das sicherlich dann auch ein bisschen besser zu handeln, wenn du dann ins nächste Jahr startest und schon weißt, was sich so gut verkauft hat, wenn du das ausgetüftelt hast so ein bisschen und sich dann den anderen Geräten zu widmen. Aber ich glaube, über die nächste Generation lässt sich noch wenig sagen, weil halt auch die Roadmap von diesen verschiedenen drei Nanometer Chip-Varianten irgendwie sehr unklar ist. Also das ist, oder ist es nicht unklar, aber es ist also für uns nicht einsehbar, wann die kommen und wann die verfügbar sind und wann da eventuell dann ein nächstes Modell rausfällt. Also so richtig viel lernen konnte man jetzt glaube ich nicht daraus. Also nur den Umstand, dass, also ich würde sagen, niemand hat nach diesen Notebooks gefragt mit M3 und wir haben sie trotzdem bekommen. Und das ist sicherlich nicht schlecht, weil ich meine, also ich meine, niemand wird sich, also niemand wird sich, das ist immer eine falsche Aussage, aber ich glaube, niemand ärgert irgendwie, wenn er jetzt ein M2 MacBook Pro gekauft hat Anfang des Jahres. Es gibt jetzt ein M3, das ist dann halt so. Also das ist okay, wenn du halt unbedingt, wenn dein Ziel war, seit 20 Jahren auf ein schwarzes MacBook zu warten und dir jetzt Anfang des Jahres eins gekauft hast, dann bist du in einer blöden Situation, aber auch nur dann. Ja, dann kaufst du so eine Folie und spannst dich selber drauf. Ja, genau. Leo, gibt es ein M3 Ultra im Studio in ein paar Monaten? Ja, also es wäre ja komisch, wenn der M3 Ultra nicht noch nachkäme und ob wir jetzt dann beim M3 dann auch eben noch irgendwas über dem Ultra sehen, was dann in den Mac Pro wandert, aber da sprechen wir jetzt natürlich irgendwie volle Banane von 2024. Das sind ja alles Sachen, die noch weiter in der Zukunft sind. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir halt, also ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir jetzt so viel mehr daraus lernen können, wie das weitergeht und in welchen Zyklen. Ich meine, beim MacBook Pro kannst du jetzt sagen, was neben der Spur war beim MacBook Pro war dieser Januar Update, was wir halt jetzt im zurückliegenden Januar oder wann auch immer das am Anfang des Jahres gesehen hatten, das war außer der Spur des MacBook Pro auch das M2 MacBook Pro, M2 Pro, M2 Max, die hätten wahrscheinlich im Herbst das Jahr vorher kommen sollen und so wie eben das erste MacBook Pro und jetzt eben die M3 Varianten, also immer Herbst, 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 ein Jahreszyklus plus minus, insofern auch Herbst 2024, dann M4 Pro und Max und so weiter, aber natürlich ist jetzt dann auch die Frage, zum Beispiel, was ist halt mit dem MacBook Air? Also ich meine, wann sehen wir dann ein neues MacBook Air oder macht Apple jetzt zum Beispiel mit dem MacBook Air irgendwie denselben komischen Kram, den sie halt mit dem iMac gemacht haben und überspringt das MacBook Air einfach mal den M3 und geht dann nächstes Jahr im Herbst auf einen M4? Also das ist irgendwie völlig offen und unklar, finde ich, oder mir zumindest, weil da sind natürlich alle Varianten, sind durchspielbar und vielleicht auch möglich. Also ich bin auch immer noch erstaunt, dass wir jetzt diese, diese M3 Max dieses Jahr tatsächlich noch gesehen haben. Also ich hätte mir, hatte eigentlich, hatte im Sommer oder nach der WWDC und dem MacStudium, was sie da noch raus und Mac Pro hatten sie ja auch rausfallen lassen, hat eigentlich nicht gedacht, dass sie, und das 15 Zoll MacBook Air, hat eigentlich nicht erwartet, dass wir dieses Jahr jetzt noch irgendwas Grandioses sehen. Also das finde ich schon, finde es erstaunlich eigentlich, dass es gekommen ist und wie sie jetzt diesen M3 weiter verteilen, bin ich sehr neugierig. Der Mac Mini ist ja völlig unberechenbar, was irgendwie die Updates aber schon immer. Ja, ja, das ist schon immer so, das Richtige. Ja, und jetzt MacBook Pros sind wahrscheinlich auch jetzt nicht die größten, die größten Sockenstopfer für das Baumfest. Meins? Einfach wegen der Form, einfach sehr unfair. Das bringt natürlich gar nichts, ja. Nee, aber wenn die, ich weiß auch nicht, können wir später noch ein bisschen drüber reden, so wie das jetzt mit, muss Leo dann erlauben, welche alteren Refer-Prozessoren dann irgendwie noch erlaubt sind, weil da sind vielleicht auch ein paar, die ein oder anderen praktischen Angebote drin. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen schon gesehen und nicht so richtig nachgeschaut, aber ich habe immer wieder gesehen, dass in den letzten Wochen die Händler M1 und M2 Notebooks sehr günstig rausgehauen haben. Also da waren teilweise, gab es hier meines für unter zwei zu kaufen, was jetzt schon zwei Jahre alt ist, aber halt trotzdem top gut. und nachdem die M-Chips halt so einen Performance-Sprung über die Intels da rausgenommen haben, bleiben halt wahrscheinlich auch viele von den älteren M-Chips jetzt eine Weile gut benutzbar, gerade wenn du ein Modell mit ein bisschen RAM dir besorgst. Ja, das haben wir ja auch beim Mac Studio war das ja so, dass das dann das Vorgängermodell wurde ja für unglaublich attraktive Preise rausgeworfen, als der neue kam, wo man wirklich sagen konnte, okay, dann ist eine nicht dumme Kalkulation, sich zu überlegen, ob man vielleicht jetzt und jetzt beim MacBook Pro halt einfach einen M2 Pro oder einen M2 Max holt. Beim M2 Max ist es wahrscheinlich schwieriger, aber das M2 Pro ist natürlich, wenn du diese Höchstleistung, also diese absolute Maximalleistung nicht brauchst, dann wirst du mit diesem M2 Pro MacBook Pro wirst du ein extrem gutes Gerät finden, was eventuell dann im Handel jetzt unter Umständen zu sehr gutem Schnäppchen zu finden sein wird, auch gerade in der Basisversion, die ja immerhin dann 16 GB Arbeitsspeicher und halt 512 GB SSD schon hat und kann man sicher mal anschauen, wie sich da die Preise hoch und runter entwickeln und wenn das halt auch zum Beispiel dann eben weit unter 2000 Euro landet, ist eigentlich die bessere Kiste, ist eigentlich auch die bessere Kiste als das M3, dieses neue M3-Einstiegsmodell halt zu kaufen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dieses M3-Einstiegsmodell, das belegt halt für mich jetzt auch diesen Platz wie das Touchbar-Modell nur im äußersten Notfall kaufen. Notfall. Also es ist sicher nicht so, dass man irgendwie verzweifelt oder was völlig verkehrt macht, aber es ist, also ich kaufen würde ich es auch nicht. Ja, du bist natürlich auch schon in der Preisregion, wo du dann dir wirklich überlegen musst, macht dann dieses Modell für dich Sinn oder nicht und macht vielleicht ein bisschen mehr Kohle dann mehr Sinn, weil du dann das deutlich bessere Gerät bekommst oder also beim M3 ohne Pro dran und mit der, mit ganz, ganz klein, ganz links oben, links oben ist die richtige. Rechts unten, rechts oben, links oben, links unten. Irgendwo, also das kleinste von allen auf jeden Fall. Da kannst du denen wirklich überlegen, ob es nicht vielleicht auch ein M2-Macbook Air tut. Ja, aber jetzt, jetzt bist du jemand, der ein iMac kaufen will unbedingt. Was machst du denn jetzt mit diesen Aussagen? Wer sind denn diese iMac-Käufer? Ja. Ja.